Und los! Wir haben uns heute einen Schokokuchen geschnappt und in viele kleine Stücke geschnitten. Auf jedes Stück kam etwas Glasur und auch unsere bunten Streusel dürfen natürlich nicht fehlen. Dazu kommen noch ein paar Buchstaben und Zahlen und fertig sind schon fast unsere Schultüten. Da rein kommt nämlich noch eine Waffel und dann sagen alle... Lecker!